... Musik ... ... Musik ... ... Musik ... ... Nathan ... ... Puh ... ... Hast du das heute umgestündet? Ja ... ... ... ... auch noch ... ... So ... Also, bist du dabei noch? Ah ok, das ist gut. Das ist gut. Da Raben? Raben? Jetzt habe ich es nicht nur gesehen, sondern auch gehört. Ja, was das immer ist bei dir, das verstehe ich nicht. Bei mir ist das schon jetzt ewig nicht mehr gewesen. Ah, da hinten, okay. Äh, wie komme ich da hin jetzt? Das ist auch so eine dämliche Fliegenschlampe dort. Da unten steht sie. Ah, was? Komm, zeig dich. Da, nein, nein! Ah, sie hat mich. Bring sie um, Manu, bring sie um. Unten, unten links. Mann, unten links, musst du mal gucken. Aber vielleicht ist sie weggelaufen. Ich weiß es nicht. Ah, die Suppe drauf. Ja. Mann. Medikit, Medikit. Ups. Sehr gut, sehr gut. Ah, Medikit. Prima. Passt. So, na dann weiter. Weg, Mülle. Jop. Boss ist hier, ne? Spinne, ich hör's doch. Wird die schon gemacht. Hört sich so an, oder? Ja, ich sag's ja gerade. Ich bin mir auch nicht sicher. Da war ein Medikit drin. Okay. Hm. Sie ist jedenfalls etwas aufgebracht. Hier wieder rechts auf. Ja. Aber sei vorsichtig. Nicht, dass da schon jemand drin ist. Ich guck mal hier hinten. Da ist noch der Hinweis. Es war... Ja, nicht. Ich möchte das bloß mal kurz reinspitzen. Ja. Dann ziehe ich, ob die Spitzel und Schrauben rum oder nicht. Ja, okay. Nein, war's nicht. Boah, ich bin... Sehr gern. Ich bin... Äh, südwestlich 22,25 Unge. Okay. Ich schleiche mich mal ran. Ich glaube ich. Außer dieser drin. Da habe ich mich um und umgeschossen. Hm. Hinter mir gehört auch irgendwo. Nicht, dass uns jetzt noch einer in den Rücken fällt hier. Kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Dieser scheiß Nebel. Nee, das war die Spinne. Ich dachte gerade, da... Da läuft einer. Oder irgendwie ein Zombie oder sowas. Der scheiß Nebel wieder. Ja, ja. Ich sag's doch. Dieser... Siehst die Hand vor Augen nicht, Alter. Mann, diese Ungewissheit, wo die stecken. Ich komme mal ein bisschen zu dir. Vielleicht sehe ich ja was hier. Man sieht auch... Schade. Ich dachte, ich kann hier durchgucken. Aber so richtig funktioniert es nicht. Schon wieder Köder da hinten. Warst du das? Manu? Nicht. Ah, okay. Nein. Was, nicht? Aber zwar sind die vier Wurden. Ah. Ah. Nein. Nein. Ist da gerade einer gelaufen? Warte, 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 warte. Der ist da. Wo? Der ist da bei mir unter der Treppe. Siegen. Okay. Wir sind zu zweit. Warte, da ist noch einer dahinten. Ich muss den nicht hergeben. Warte mal. Da. Ja. Den einen habe ich. Der andere ist der Vogelabschlag. Okay. Vielleicht will er seinen Pappen auch retten. Okay. Jetzt musst du ihn bloß noch abknallen. Sehr schön. Sehr schön. Da ist noch einer. Scheiße. Wo ist der hergekommen? Das sind also zwei Duos hier. Fuck. Der hat mir einen aufgebrezelt. Scheiße. Mist. Warte. Wir haben uns gegenseitig erschossen. Mist. Aber gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich glaube, wir haben uns... Ich weiß, dass wir unter der Funde, dass ein Bläder wohl auch nicht guckt. Und ich wusste, wie wir unter der Funde auch an seinen Anokimmel sind. Ja, ja. Das ist super. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich mich wirklich mit dem... Ob wir uns gegenseitig erschossen haben. Ja. Drei Jäger. Du, ein, ich, zwei. Passt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Ich weiß, was wir unter der Funde auch nicht guckt. Bis zum nächsten Mal.